Sie suchen individuelle Lösungen für Ihre Transporte? Dann sind Sie hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Anton Bichler Transporte, Ihrem Spezialisten für Sondertransporte mit Tiefladern und Kranfahrzeugen. Von Container bis hin zu schweren Baumaschinentransporten von 70 Tonnen. Das eingespielte Mitarbeiter-Team berät Sie kompetent und bietet Ihnen ein auf Sie maßgeschneiderte Transportlogistik an. Besonders für Kunden aus der Bauindustrie transportiert Anton Bichler rund um München und Südbayern, aber auch deutschlandweit und für die verarbeitende Industrie. Vom ersten Gespräch über die Konzeption bis hin zur Ausführung des Transports stehen Sie und Ihre Wünsche stets im Vordergrund. Auch die tägliche Arbeit mit Behörden und Polizei gehört für unsere Mitarbeiter zum Alltag. Egal ob zu lang, zu hoch, zu breit oder zu schwer, Übermaße stellen für Anton Bichler und sein Transportteam kein Problem dar. Dank des hochmodernen Fuhrparks und der betriebseigenen Werkstätte werden Ausfälle so gering wie möglich gehalten, damit Ihre Fracht immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Anton Bichler bietet Ihnen starke Leistungen zu fairen Preisen. Sprechen Sie uns an. Wir finden auch für Sie die richtige Transportlösung. Transportunternehmen Anton Bichler